Hallo meine Freunde und willkommen zurück in Falleheim. Kurzer kleiner Guide heute, weil es gibt einen super tollen Fisch, der ist in den Mistlands und wird benötigt für das beste Buff Food. Ich habe ihn unabsichtlich mal gefangen, wusste gar nicht, dass er so selten ist, wurde in den Kommentaren jetzt darauf hingewiesen, dass der sehr selten ist und für das beste Buff Food verfügbar ist. Ich wusste auch, dass ich damit kochen kann, hat man es aber nicht genau angeschaut. Jetzt habe ich es mal angeschaut, das stimmt, das Teil ist cool. Heißt so viel wie, ich zeige euch, wo man herkriegt, was man damit macht, nur ganz kurz, weil das könnt ihr sicher für alles brauchen, vom Fischen bis Rennen für alles. Es handelt sich um den Fisch und Brot ungekocht. Dafür braucht man den Seeteufel, auch Angerfisch genannt. Der ist uns Brotteig. Den Brotteig kriegt ihr nur zwecks kurzer Erklärung aus Gerstenmehl. Gerstenmehl bekommt ihr aus Gerste, das ihr in der Windmühle dann verarbeitet zu dem hier. Gut, dann habt ihr nämlich den Brotteig. Balanda. Ich zeige es euch nur kurz, ich weiß, dass es selbst erklärend war. Ich mache es halt mal. So. Dann nehmt ihr euren Angerfisch, äh, den Seeteufel hier. Und stellt es dir her. Es ist jetzt hier noch nicht, was der kann. Dann kriegt ihr dieses rohe Zeug. Ähm, das bratet ihr dann. Das lasse ich jetzt aber, weil das geht eh von selbst. Das Zeug bratet ihr. Und dann bekommt ihr das raus. Das Teil. Hau euch 30 Gesundheit rein. 90 Ausdauer ist das, was ich gesehen habe, das höchste Ausdauer-Item, was es gibt zum Essen. Ähm, kombiniert mit Salat 80 und dem Omelett 85 sollten das die Top 3 sein. Aber darum geht es jetzt nicht. Gerade, ich mache hier einen eigenen Part gerade für Essen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der weiß ja auch nicht genau, was ich mit dem tun soll. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es geht um den Angerfisch. Ich zeige euch mal, wo ihr den bekommt. Darum marschieren wir kurz hin. Dazu müsst ihr nämlich in die Mistlands. Und dort gibt es nämlich, neben den Anglerfischen, auch neben den normalen Fischi-Fischi für Mistland-Fischi-Fischi, gibt es auch Anglerfischi-Fischi. Und die sind, ja, ihr könntet auch Kugelfische fangen. Habe ich auch schon. Ähm, bin mir jetzt ganz sicher, was der Standard-Fisch von dort war. Das seht ihr aber bei den Köder. Wenn ihr die Köder durchskillen wollt, so wie es ich gemacht habe vor kurzem, dann habt ihr den ersten Köder, dann geht sie in die erste Biom, dann kriegt sie es, stellt sie ihn her. Dann geht sie ins nächste Biom, fischen und so weiter und so fort. So kommt sie in die Reihe nach durch. Ich weiß jetzt nur nicht, welcher Fisch die Mistlands jetzt dafür verantwortlich war. Keine Ahnung, aber, gehst du noch rein, Omelette? Ja, geht. Aber, der Anglerfisch ist wirklich halt deswegen so speziell, weil er wirklich für, wie Sie gesehen haben, vom Buff-Food her, für das, für den absolut besten, das absolut beste Buff-Food notwendig ist. Weil 90 ist schon hart. So, ihr seht's, ich bin hier in den Mistlands angelangt. Schuck. Bei mir, das ist jetzt blöd zum Herd sein. Random generiert ist es ja alles, ähm, ihr seht's, bei mir, ich hab da eine schöne Stelle zum Angeln und ich hab jetzt aber nicht die richtigen Köder mit, ich sag's euch gleich, ich zeig euch nur den Fisch. Nee, ich hab nämlich klugerweise überhaupt keinen Köder mit. Noch besser, hauptsache die Angel. Wicked, Hirn einschalten. Da, das war er. Das hier ist der Anglerfisch. Der hat, wie gesagt, die eine Besonderheit, er ist erleuchtet da vorne, das ist so ein Leuchttal. Der hat, wie gesagt, die eine Besonderheit, dass er für das beste Buff-Food notwendig ist. Seht's ihr hier. Das hier seht's ihr am besten. In der Nacht auch, aber so, aber auch so. Sie haben dieses Leuchttal davon, kann ich noch aufhören? Komm her. Nein, kann ich nicht, stimmt noch. Scheiße. Aber hier sehen sie. Und jetzt bin ich grad mal in die Mistlands hier gekommen. Stehe hier am Rand irgendwo, könnt's auch mit dem Schiff da vorbeifahren. Und dann findet sie hier den Anglerfisch. Das dürfte ein ziemliches Top-Teil sein. Also der hat, der ist schon ziemlich Ober-the-Top-Fisch. Ich wüsste jetzt keinen Fisch, der ansatzweise so wertvoll ist wie der. Den könnt ihr euch ein paar Mal fangen, weil ihr habt's mit dem Essen garantiert das beste Ausdauerfutter, was irgendwie in dem Spiel derzeit kriegbar ist. Ihr seht's eben, wie lang mein Balken da unten ist. Klub. Versenkt. Ja. Ja, ja. Ja. Das war's wiederum. Also ich marschier's nach Hause. Hat sich so weit erledigt. Für mich. Das gibt mich nämlich nix an, was da jetzt killed wird. Da liegt Bäume rum. Alles Wahnsinn. Die Mistlands geht's zur. Ärger. Wirklich so eine ärgere Party. Gut. Bevor ich mich hier weiter mit Moskitos jetzt ärgern muss, weil das ist ja der Todes-Skito. Entschuldigung. Der Skito hört sich besser an, aber es wurscht. Ähm. Ja. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, der beste Fisch, den ihr direkt verarbeiten könnt, zu einem, äh, absolut top Ausdauerfutter. Ich kann euch doch sagen, was er mit den drei top Ausdauerfutter da hat. Ich glaube, es waren alle. Ja. Na, ich hab da, ich weiß nicht, ich hab das drin. Ich hab mein Standard-Ding da drin. Das ist jetzt, ich hab 236 Ausdauer. Das ist aber, ähm, ein, ein, nicht Ausdauer, das ist ein, ähm, Gesundheits-Essen. Jedenfalls, bestes Ausdauer-Essen, Agierfisch, Mistlines. Braucht's dafür den Misty-Köder. Nicht vergessen, sonst beißt das Teil nicht. Misty-Köder sind die Rosanen, wobei das jetzt blöd gesagt ist, weil manche Farben so leicht abgestuft sind bei den Köder, damit man's nicht auseinanderkennt. Also die Nebel-Köder. Und, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment, nichts vergessen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao.